Ganz im Sinne von How Open is this Gadget folgt auch die Firma Arduino der Open Source Philosophie. Über die Jahre ist deren Ökosystem an Mikrocontrollern und Zubehör stetig gewachsen und die Software wurde und wird ständig weiterentwickelt. Mikrocontroller gibt's wie Sand am Meer, aber ohne entsprechende Software und Dokumentation ist der Wert eines Chips nicht höher einzustufen als der Sand, aus dem, dessen Grundstoff, das Silizium, gewonnen wird. Quell offener Hard- und Software gibt's reichlich von Arduino, womit das Erstellen von Projekten zu Physically Computing mit deren Produkten richtig Spaß macht. Direkt vom Hauptquartier der Firma habe ich ein Paket mit vier verschiedenen Mikrocontrollerboards erhalten. Drinnen befanden sich mein Favorit in Sachen Kleinstrechner, der Arduino Uno, sowie drei weitere Platinen. Der Uno gefällt mir gerade wegen seiner minimalen Ressourcen, denn weniger ist in Sachen Programmierung immer besser. Weiterhin überzeugt mich der in Version R3 herausnehmbare AdMega-Chip. Im Paket war der Uno zum selber löten, inklusive Soundkit, Anfänger sollten zur fertig konfektionierten Platine greifen. Von der Taktfrequenz mit dem Uno vergleichbar ist der Mega, der als Hauptmerkmal mit 54 GPIOs über wesentlich mehr Pins zum Ansteuern eigener Hardware verfügt, bisweilen muss es einfach mehr sein. Ebenso viele GPIOs besitzt der Duo, dessen Mikrocontroller allerdings mit 84 MHz getaktet ist und somit deutlich mehr Rechenoperationen pro Zeiteinheit durchführen kann. Das neueste Produkt im Paket war das von Arduino frisch auf den Markt gebrachte Giga-Board. Dieses besitzt mit insgesamt 76 Ein-Ausgabe-Pins nochmals mehr GPIOs als der Mega und Duo. Der verbaute Mikrocontroller ist ein STM32, der über zwei Kerne verfügt, die mit 240 bzw. 480 MHz getaktet werden, was nochmals einen deutlichen Schub in Sachen Rechenleistung bedeutet. Auffällig ist eine USB-A Schnittstelle, über welche der Giga nicht programmiert wird, sondern die verwendet werden kann, um Peripheriegeräte darüber anzusprechen. Die runde 3,5mm Audiobuchse in Verbindung mit zwei 12-Bit digital zu analog, sowie zwei 16-Bit analog zu digital Wandlern lädt zum Experimentieren mit Lautsprechern und Mikrofonen ein. Ebenfalls an Bord sind Bluetooth und WLAN sowie eine Kamera und eine Display-Schnittstelle. Die ganzen Daten herunterzubeten erspare ich mir an dieser Stelle, die könnt ihr auf meinen Seiten und auf denen von Arduino nachlesen. Nach Erhalt des Giga-Boards habe ich auf die Schnelle ein paar Projekte verwirklicht, um mit diesen das mehr an Rechenleistung und Schnittstellen anzutesten. Mit Projekt Nummer 1 visualisiere ich digitale Signale. Als Signalquelle kommt ein UNO zum Einsatz, der ein Hardware PWM-Signal auf Pin 5 mit einer Pulsweite von nur 12,75% ausgibt. Die Standardfrequenz der Funktion AnalogWrite beträgt auf diesem Pin 976Hz. Hier habe ich eine Quick und Dirty Software für den Mega geschrieben, womit dieser die Frequenz recht genau erfassen kann. Zu lesen sind Werte zwischen 972 und 976Hz. Wird die Grundfrequenz des Pulsweiten-Signals auf dem UNO-Board auf 7812Hz erhöht... ...und die Zeitbasis des Mega auf das kleinste Intervall gestellt... ...so kann auch die Grundfrequenz dieses Signals noch recht genau erfasst werden. Zu lesen sind Werte zwischen den erwarteten 7812Hz und 7575Hz. Jetzt wird die Grundfrequenz des UNO auf 62500Hz gesetzt. Damit ist der Mega ganz offensichtlich überfordert. Zu sehen sind ungleichmäßig verteilte Rechteckpulse und die Frequenzmessung liegt mit 31kHz doch deutlich daneben. Sehr vorteilhaft am Arduino Ökosystem ist, dass ein und dieselbe Software recht unkompliziert auf unterschiedliche Mikrocontroller aufgespielt werden kann. Hier müssen nur die Definitionen für die Pins zur Ansteuerung des Displays geändert werden und schon kann der ansonsten gleiche Code zum Gigaboard gesendet werden. Das neue Familienmitglied kann dank seiner höheren Rechenleistung und somit kleineren Zeitbasis auch das 62kHz Signal rechts sauber erfassen. Die gemessene Frequenz liegt mit Werten zwischen 62500 und 58823Hz wieder deutlich am Sollwert. Wie gesagt, die Software ist quick and dirty geschrieben, da geht auch noch mehr. Gut gebrauchen kann ich diesen GPIO Sniffer, um den Signalverlauf an meiner Demoplatine für eine doppelte Haarbrücke zu visualisieren. Dieser frei programmierbare Motortreiber basiert auf einem Arduino Uno. Projekt Nummer 2 geht in Sachen Datenerfassung von digitalen zu analogen Signalen. Angeschlossen habe ich ein Mikrofon. Da wegen der Kürze der Zeit die Software ebenfalls quick and dirty geschrieben wurde, verwende ich einen normalen Analogeingang mit 10bit Wandler. Sobald ein vorgegebener Schwellwert überschritten ist, wird der Verlauf der Schallwelle auf dem Display angezeigt. Analog Eingänge sind reichlich vorhanden, ein zweites Mikrofon somit schnell angeschlossen. Ist ein entsprechender Abstand zwischen den beiden Mikrofonen, so ist an den Kurvenverläufen abzulesen, dass sich Schall nicht mit unendlicher Geschwindigkeit ausbreitet. Aus den unterschiedlichen Signallaufzeiten lässt sich der Ort der Schallquelle lokalisieren. Dabei gilt, je mehr Messungen pro Zeiteinheit durchgeführt werden können, umso genauer die Differenzmessung, auch simple Experimente können von einem mehr an Prozessortakt profitieren. Durch Lokalisierung von Schallquellen können zum Beispiel Umgebungsgeräusche herausgerechnet werden, mit entsprechender Rechenleistung auch in Echtzeit. Musik verbindet Physik, Mathematik und Programmierung auf sehr anschauliche Weise. Ein elektronisches Klavier zu bauen ist nicht allzu aufwendig, mit dem auf der Platine befindlichen Audioausgang sogar noch etwas einfacher. Oder man automatisiert wie hier ein Musikinstrument. Mit einem Plus an GPIOs und Rechenleistung können weitere Experimente mit dem Xylophon durchgeführt werden. Der Arduino Giga ist ein Zwischenschritt vom klassischen Mikrocontroller hin zum vollwertigen PC. Der Vorteil des Giga liegt dabei darin, dass die Architektur und somit die zum Betrieb nötige Software noch halbwegs überschaubar bleibt. Die bisher gezeigten Experimente waren klassische Mikrocontrolleraufgaben, welche lediglich die reichlich vorhandenen GPIOs verwendet haben. Dank der fleißigen, für Arduino arbeitenden Programmierer funktionieren aber auch die zusätzlichen Schnittstellen wie Bluetooth, USB oder hier zu sehen die WLAN-Schnittstelle. Die Verbindung zum Web-Server ist mit Delay-Statements künstlich ausgebremst, um den Vorgang der Datenübertragung auf dem kleinen Bildschirm mitverfolgen zu können. Soweit meine Vorstellung des brandneuen Arduino Giga. Mehr Infos gibt's auf der Webseite von HowOpenIsThisGadget. Und was mit Mikrocontrollern so alles gemacht werden kann, davon gibt's reichlich Infos auf meinem zweiten Projekt, HomoFaziens. In diesem Sinne, dange für's anguge und bis bald! Ich meine Quietsche-Allen